Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, einfache Stromkreise. Wir haben schon viel gehört, wie man einfache Stromkreise berechnet. Wir haben hier irgendwelche Knotenregeln, Maschenregeln, wir haben das Umstände gesetzt und so weiter, wir haben gelernt, was Quellen sind. Dieses Mal wollen wir uns damit beschäftigen, was machen wir eigentlich, wenn da mehrere Quellen drin sind. Ich habe da ein, wir werden das wieder anhand eines Beispiels machen, es ist nämlich wieder Koch-Rezeptartig, was machen wir? Es gibt das sogenannte Überlagerungsprinzip, das hat ein gewisser Helmholz, nachdem ist das benannt zumindest, und das funktioniert so. Also da habe ich jetzt eine Schaltung mit einer Stromquelle und mit einer Spannungsquelle, und jetzt sagen wir einfach, wir wollen jetzt hier bezüglich der Klemmen A und B, da habe ich die Klemmen A, da habe ich die Klemmen B, die Leerloch-Spannung berechnen, einfach, wenn wir es wollen. Jetzt haben wir da drinnen zwei Quellen. Jetzt können wir da herumduren und so weiter, man kann das ausrechnen, relativ einfach geht das, wenn ich einfach für jede Quelle einzeln das einmal ausrechne, und nachher einfach zusammenzeln. Ein Überlagerungsprinzip. Das heißt, ich muss einmal, ich habe zwei Quellen, das heißt, ich muss zwei Rechnungen anstellen, einmal, wo nur die Spannungsquelle da ist, und einmal, wo nur die Stromquelle da ist. Die andere Quelle setze ich null. Schauen wir uns das an, wie das ausschaut mit der Variante der Spannungsquelle. Nur die Spannungsquelle da. Dann haben wir das so, da ist unsere Spannungsquelle, die ist ja nach wie vor hier, sagen wir. Der R1 ist auch nach wie vor hier. Die Stromquelle, die setzen wir null, die ersetzen wir durch eine Unterbrechung. Da ist Unterbrechung, weil es rindet kein Strom. Die Stromquelle ist null gesetzt. Hier habe ich R2. Da, so schaut das aus. Da habe ich R3. Und da haben wir schließlich den Ausgang, und da haben wir A und B. Da haben wir R1, R2, R3. Und schon habe ich nur mehr eine Quelle mit U0. Okay? So, was machen wir? Wir fassen das so gut wie möglich zusammen. R1 und R2 sind parallel geschaltet. Also wir haben hier nachher, das schaut nachher so aus. Da haben wir praktisch hier ein R1, R2. und da unten haben wir ein R3. A und B. R1, R2 ist gleich 1 dividiert durch 1 durch R1 plus 1 durch R2. Also die Kehrwerte zusammengezählt ergibt den Kehrwert des Widerstands. Ja, die Leitwerte war das. Das heißt, 1 dividiert durch 1 Tausendstel plus 1 Tausendstel ist gleich 1 dividiert durch 2 dividiert durch 1 Tausendstel. Das sind 1 Tausend, oben halbe sind 500 Ohm. Der hat 500 Ohm. Und der R3 hat nachher so 2000 Ohm. Und jetzt können wir die zwei Sachen ja in Serie schalten. Das heißt, wir haben hier praktisch, da ist mein U0, wir haben hier praktisch unser U0, und da haben wir einen Gesamtwiderstand. Das ist R1,2 plus R3, das sind 500 Ohm, plus 2000 Ohm, sind 2500 Ohm. Okay? Gut. Dann haben wir hier noch einen Strom I, I-Gesamt, und das ist U0 dividiert durch R-Gesamt, das sind die 30 Volt, dividiert durch 2500 Ohm. Was kommt da raus? 30 dividiert durch 2500, haben wir 12 Milliampere, 0,012 Ampere. 12 Milliampere, passt. Darin ist 12 Milliampere, das ist I-Gesamt drunter, darin da, I-Gesamt. Das heißt, hier mein U ist gleich R3 mal I-Gesamt, und das sind, R3 waren 2000 Ohm, mal 0,012 Ampere, also, mal 2000, sind 24 Volt. 24 Volt ist die Leerlaufspannung, wenn nur die Spannungsquelle drinnen wäre. Und jetzt machen wir das Ganze, wann nur die Stromquelle drinnen wäre. Wir setzen also die Spannungsquelle 0, Spannungsquelle 0 setzen, heißt, ich verbinde das da, das ist die 0 gesetzte Spannungsquelle, dann haben wir hier unseren R1, dann haben wir hier unseren R2, dann haben wir die da verbunden, dann ist da die Stromquelle, und da haben wir noch unseren R3, Hb. Da haben wir unseren I0, 200 Milli. So, und jetzt bin ich neugierig, wer das schon erkannt hat. Es wäre nämlich folgendes, R1, R2 und R3 sind jetzt parallel geschaltet, aber uns gar nicht mehr so ausschauen, weil, pass auf, R1 verbindet diesen Punkt mit diesem Punkt, R2 verbindet diesen Punkt mit diesem Punkt, und R3 verbindet diesen Punkt mit diesem Punkt. Also, alle verbinden den Punkt da mit dem Punkt. Also, eigentlich schaut das ja ganz genauso aus, wie wenn ich das so zeichnen würde, ja, R1, R2, R3, und da haben wir I0, 200 Milli, und da ist A und da ist B. Das ist äquivalent, diese zwei Darstellungen. Schauen wir uns das an, der Punkt da, der Punkt da, ist der da. Und, der Punkt da, welche Farbe nehme ich hier? Da, orange, ist klar, der Punkt da, ist der da. und das ist ja nur verbunden, da gibt es ja nichts dazwischen, das ist, es ist egal, also, und, genau so, der gegenüberliegende Punkt, nehme ich da jetzt das Oden her, der Punkt hier, ja, was eigentlich der ganze Ding ist, das ist der da, ja, und da, es heißt, die zwei sind ja gleich nebeneinander, das heißt, der Punkt hier, das ist der hier, ja, und die zwei, die haben sich ja gar nicht wegbewegt, ja, also, ich habe nur diese Sachen hier hinuntergeklappt, praktisch, weil sie ja da sowieso verbunden sind. Da sieht man schon, dass man das ein bisschen trainieren sollte, zu erkennen, was seriell und was parallel ist, okay, also, ich habe auch hier praktisch, einen Spannungsquelle, eine Stromquelle, und hier habe ich einen Gesamtwiderstand, auf dieser Seite, ja, ich nenne den R-Gesamt 2, und der ist 1 dividiert durch, und jetzt habe ich 3, 1 durch R1, plus 1 durch R2, plus 1 durch R3, ja, und das ergibt, 1 dividiert durch, 1 durch 1000, um, plus 1 durch 1000, um, plus 1 durch 2000, um, und da rauskommen tut er, Tag, am Tisch, und 1 dividiert durch, 1 dividiert durch 1000, plus 1 dividiert durch 1000, plus 1 dividiert durch 2000, kommt raus, 400 Ohm, also der hat 400 Ohm, hier haben wir meinen I0, 200 Milliampere, 200 Milliampere, der I0 ringt auch da weiter, weil er ja eine Leerlaufspannung haben will, das heißt, mein U ist gleich, R-Gesamt 2, ich nenne das U2, mal I0, und das sind 400 Ohm, mal 0,2 Ampere, ja, also ein Fünftel von dem, mal I0,2, ergibt 80 Volt, uh, okay, das heißt, aufgrund der Spannungsquelle, habe ich eine Leerlaufspannung von 24 Volt, aufgrund der Stromquelle, habe ich eine Leerlaufspannung von 80 Volt, das heißt, meine gesamte, ich nenne das jetzt, U1, ich nenne das U11, weil U1 habe ich schon da oben, naja, das heißt, mein U, mein gesamtes U, meine gesamte Leerlaufspannung U, ist gleich, meine Leerlaufspannung U11, die da, plus U2, ich nenne das 2,2 auch, weil U2 hätte ich ja auch, U2,2, wunderbar, jetzt passt das zusammen, ja, also, meine Leerlaufspannung, aufgrund der Spannungsquelle, plus meine Leerlaufspannung, aufgrund der Stromquelle, weil ich nämlich beide einschalte, addieren sich die zwei, und es kommen also, 24 Volt, plus 80 Volt, sind 104 Volt heraus, okay, 104 Volt, so geht das, ja, Überlagerungsprinzip, mehrere Quellen drinnen, setzen wir die Quellen 0, rechnen es für jede Quelle aus, das gilt für jeden Zweigstrom, das gilt für jede Zweigspannung, das gilt für alles da drin, ist egal, wenn man mit der Strom I2 interessiert, rechnet die den einmal so aus, und einmal so aus, dann soll es zusammen, passt, ja, Überlagerungsprinzip, kann man sagen, hey, was ist jetzt, wenn ich nicht die Leerlaufspannung haben will, sondern, hier einen neuen Widerstand haben will, einen Lastwiderstand dran haben will, und dann muss ich den eben hier berücksichtigen, muss ich den ganzen Zeigen nur mal rechnen, da hilft uns, wenn ich verschiedene Lastfälle rechnen will, da würde uns helfen, eine Ersatzspannungsquelle oder eine Ersatzstromquelle, ich habe jetzt nämlich die Leerlaufspannung von der Schaltung berechnet, jetzt muss ich nur noch den Innenwiderstand berechnen, das heißt beide Null setzen, von der Seite einschauen, Gesamtwiderstand berechnen, ist interessanterweise genau das, und dann habe ich diese ganze Schaltung hier, mit zwei Quellen, durch eine Ersatzquelle ersetzt, und mit der, weil sich die Idee bezüglich der Claiming genauso verholt, kann ich verschiedene Lastfälle ganz einfach ausrechnen, also Ersatzquellen haben schon einen Sinn, speziell wenn es so ein bisschen komplizierter wird, mit mehreren Quellen drinnen und so weiter, das hat schon Lack, Ersatz- oder Überlagerungsprinzip und Anwendung auf die Ersatzspannungsquelle, oder Ersatzstromquelle, ist egal, das ist nur ein persönlicher Vorlieben, einmal muss ich eben die Leerlaufspannung ausrechnen, so wie wir es da gerade gemacht haben, einmal muss ich den Kurzschlussstrom ausrechnen, haben wir, gibt es ja die eigenen Videos dafür, Überlagerungsprinzip, im nächsten Video, schauen wir uns eine spezielle Schaltung an, jetzt können wir, eigentlich haben wir jetzt das Rüstzeug, alle möglichen, einfachen Schaltungen auszurechnen, ohne Problem, Widerstandsschaltungen, mit der Stern-3-Eckstransformation, das geht alles, bringen wir alles jetzt zusammen, mehrere Quellen und so weiter, wenn es zu kompliziert wird, machen wir es in einer Ersatzspannungsquelle, trotzdem gibt es ein paar herausragende Schaltungen, da gibt es einfach, die muss man nicht ausrechnen, da gibt es so augenscheinliche Lösungen, oder so klare, das geht einfach in Fleisch und Blut über, sage ich mal, das ist ein typischer VF für sowas, das ist nämlich ein Spannungsteiler, und um genau den wird es in dem nächsten Video gehen, also in dem nächsten Video schauen wir uns spezielle Schaltungen an, und die erste dieser speziellen Schaltungen heißt Spannungsteiler, was genau ein Spannungsteiler ist, und was ihn auszeichnet, und wie man dann herumrechnet drauf, werden wir im nächsten Video sehen, Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, Auf Wiedersehen!